Leute, heute sind wir wieder in einer freshen neuen Folge Minecraft, zusammen mit Ben Zon. Bin ich, Ben? Oh, warte mal, ich wollte das gar nicht anziehen. Boris. Er ist er. Boris. Boris Becker. Boris Becker, würde ich sagen. Leute, heute können wir jedes Item in Minecraft werfen. Oh, guck mal. Und es geht, was hast du getan? Ich habe da Eisengeschwister und da wurde das ein Eisenblock. Jo, ist ja ultra krass. Wir können mal hier diesen Erdeblock nehmen und ich schmeiße ihn mal hier hin. Dann wird es immer noch ein Erdeblock. Hammer. Okay. Das hat ja gar nichts gebaut. Da fand ich meins viel cooler, ey. Okay, was ist, was ist... Warte, ich habe eine Idee. Wo bist du denn denn? Ich schmeiße ein Weizen. Ein Weizen? Oh. Ah, dann kannst du abbauen. Oh, cool. Einfach sein Haus abgebaut. Neu, ich habe einen Eichenstamm einfach bekommen. Achso, weil du dein Haus abgebaut hast. Weil ich das Haus abgebaut habe. Oh, der Arm wird sein Haus kaputt. Jetzt ist es eine Bruchbude. Okay. Wir müssen uns natürlich ausrüsten. Und Leute, als erstes brauchen wir den übergeilen Helm. Weil ich habe hier gerade so einen Helm. Der ist nicht übergeil. Der hier. Oh. Der ist fresh. Ich habe was absolut so P-mäßiges. Was? Was hast du getan? Jo, jo, jo. Kiste? Bretter geben Kisten. Oh mein Gott, hier sind sogar Hüte drin in den Kisten. Ja, Epic-Hüte-Kisten. Schmiedevorlage. Kohle. Du hast es ja anders durchgespielt, Benson. Oh, okay. Jetzt habe ich sowas von verkackt. Okay, wir müssen Bäume abbauen, Ben. Wir müssen Bäume abbauen. Und wir brauchen den geilen Staff hier. Ja. Warte, ich schmeiße mal ein Gold ab. Wer weiß, was da passiert. Oh, okay. Warte. Soll ich mal in die Luft werfen? Ich fange ihn. Ich fange ihn. Ich fange ihn, Kopfball. Ey, das war multipliziert aber, oder? Ja, safe. Ich habe acht Goldäpfel. Die darf ich aber alle nicht essen. Oh. Jetzt habe ich immer noch acht. Ach nee, die stacken sich ganz komisch. Jetzt habe ich 16 Goldäpfel. Aber manchmal schmeiße ich die auch einfach weg, wenn ich was essen will. Okay, Ben, wir brauchen Items. Was ist denn, wenn man ein Dia-Helm schmeißt? Hä? Warte, ich habe es angezogen. Du hast es angezogen, Ben. Du hast einen Helm, oder so. Ja, ein Dia-Helm. Ich habe Kohle. Was macht Kohle? Oh, ich bin Kohle hinterher gelaufen. Warte, hat sich die Kohle dupliziert? Diaz hatte Diaz. Ganz, ganz komisch. Kann ich dich eigentlich auch damit abwerfen? Diaz kann man nicht schmeißen. Doch. Oh mein Gott, der kann der Dia-Blöcke machen. Okay, Ben, wir brauchen dringend Tools. Schon längst welche, Lina. Uncool, Ben, uncool. Ey, ich habe auch welche. Okay. Die sind doch cool. Ja, meins ist richtig cool. Boah, ich bin hier schon so babamäßig ausgerüstet. Sagst du das? Oder bist du am Lügen, Ben? Nee, nee. Guck mal mich an. Ich habe 29 Dia. Guck mal mich an. Ja, freust du dich auch irgendwie? Ja, ich habe komplett Eisen. Gönn doch mal, Ben. Mit Froschhelm sogar. Auch eine Werkbank. Was soll eine Werkbank schmeißen? Oh. Dann müssen alle Leute... Was, Ben? Was machst du denn hier Geheimes? Ich schmeiß eine Werkbank. Das geht doch gegen unsere goldenen Regeln. Ja, aber Lina, heute ist es special. Was? Die alles kaputt schon. Guck mal, ich habe einen magischen Hut-Tüte. Ich glaube, die mache ich mal auf. Scheiße, die habe ich weggeworfen. Jetzt muss ich da hinterherlaufen, wie so ein Opfer. Kann man jetzt was Cooles raus? Nee. Doch! Wow! Ben, ich habe einen neuen Hut. Was denn? Ein Delfin. Alter, ein Delfin auf dem Kopf. Ein Baby-Delfin. Und der hat sogar Partikel. Ist ja cool. Ben, lass mal eine Runde pennen. Raus hier aus dem Bett. Ich wollte es jetzt benutzen. Guten Morgen, neue liebe schöne Welt. Und übrigens, mir ist was aufgefallen. Ja. Wollen wir mal was testen, Ben? Ja. Alter, du kannst einen Eisengolem schmeißen. Oh shit. Oh shit. Hör auf, ihn mir wegzunehmen. Ich mach gar nicht. Drück dich mal weiter. Du hast ihn weggenommen. Ich drück nicht. Ja, du hast ihn weggeworfen. Ich habe nichts gedrückt. Säber. Warte, den darf ich jetzt ab nochmal weit. Komm, Eisengolem, fliege. Er kann fliegen. Hey, er kriegt noch nicht mal Damage dadurch. Oh Gott, jetzt habe ich mit Äpfeln geschmissen. Ah ja, Karabalina. Ich habe den Stress. Jetzt haut er dir anders auf die Fresse. Ich habe ihn weggeschmissen, Ben. Ich habe ihn weggeschmissen. Er kriegt nicht mal Fallschaden. Ja. Ich bin ja gar nicht. Komm, wer kann ihn weiterwerfen? Wollen wir Villager-Weitwurf machen? Jeder schnappt sich einen Villager und wir werfen ihn. Okay. Okay, wir machen eine Linie. Aber der greift mich an. Hab diesen Goldblock. Nee, der ist ein ganz Lieber. Der haut mir in die Fresse. Der beißt nicht. Das ist ein ganz braver Junge. Komm, schnapp die schnellen Villager. Das sagen Leute immer über ihren Hund. Da beißt das wirklich die größte Nervensüge dann. Okay, ich habe einen. Ich mache jetzt Villager-Weitwurf. Von diesem Block hier. Ben, bist du bereit, den ersten fliegenden Dorfbewohner zu sehen? Der ist zum Mondschaft. Zum Mond, ja. Ja. Wollen wir mich gleichzeitig werfen? Okay. Ich brauche mal einen. Mein Villager ist weg. Du hast meinen Villager geklaut, Ben. Oh, jetzt habe ich einen. Nice. Perfekt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter auseinander. Hier bei der Straße. Die Straße ist unsere Markierung. Krassester Wurf in ganz Deutschland. In T-3. 2. Lasst alle ein Like unter, oder? 1. Go! Scheiße, ich habe nicht geworfen. Ich schmeiße dich. Mit Rechtsklick. Macht er nicht. Mann. Oh, er hat geworfen. Meiner ist gelandet. Meiner ist genau hier gelandet. Gerade es gab einen Unfall mit dem ersten. Ich musste auch reinholen. Was? Es gab einen Unfall, einen Verkehrsunfall. Musst du nochmal zur Flugschule? Kein Sammeln, weil ich keine... Madden, Ben. Ja. Ist der ein. Der stirbt. Nee. Oh. Aber der nicht. Warte. Den habe ich... Oh. Oh. Oh, er ist gebounced. Scheiße, er ist auch tot, oder? Ja, natürlich. Du hast ihn 400 Meter hochgeschmissen. Wo bist denn du? Ich komme jetzt. Du darfst dich nochmal werfen. Du hast schon geworfen. Doch. Du hast auch einen Eimer geworfen. Ich habe genau gesehen, wie dieser Villager im Boden lag. Ja, dann wirf. Willkommen zur weltweit ersten Villager-Olympiade. Wir werden heute einen Villager werfen. Okay. Auf die Plätze. Ich muss ein bisschen... Oh, es ist schwierig. Fertig. Oh man. Los. Oh, das war gar nicht weit. Das war überhaupt nicht weit. Und außerdem war das schief. Okay. Benson. Das war verkackt. Junge, Elina. Entschuldigung. Sabotage ist ein Flitzer. Oh. Der ist aber anders gestorben. Aber es war ungefähr gleich weit. Ich denke, es war exakt gleich weit. Es war gleich weit. Okay, Ben. Jetzt mal Butter bei der Fisch. Butter bei der Fisch. Wir müssen jetzt geileren Stuff hier farmen. Hier habe ich eine mega krasse Höhle. Yo. Was ist los? Eigentlich waren diese Holzbretter am geilsten. Weil da hat man direkt Dias rausbekommen. Was sind wir denn so blöd und farmen hier noch? Wait. Ob ich auch meine Tools werfen kann? Mach mal. Oh. Es hat funktioniert. Ich schwöre, es hat funktioniert. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Es hat Blackout gebaut. Scheiße. Aber ich glaube, das ist jetzt im Arsch. Ich habe jetzt keine Spitzhacke mehr. Ich habe Eisen für dich. Oha. Danke, Ben. Bitte. Wir müssen noch weiter runter. Hier geht es nämlich noch krasser weiter runter. Ein Skelett. Lava-Eimer. Was passiert da? Hier ist es... Scheiße. Ich habe meinen Goldapfel weggeworfen. Ich werfe ja auch dauernd rum. Hier ist es ziemlich gefährlich. Komm her. Hier macht uns gar keinen Stress. Hey. Hey. Oha. Okay. Nummer eins. Loll. Man kann sogar Pfeile werfen, Ben. Ich werfe jetzt mal einen Pfeil auf das Skelett drauf. Geil. Man kann Pfeile werfen. Wie geil ist das denn? Mann, ich verliere die ganzen App vielleicht eher durch die Gegenschweiße. Ben, wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen viel mehr Gold. Dann können wir Easy Piglins traden. Warum bin ich so dumm? Und warum benutze ich... Komm hier. Zack. 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 Ich muss ganz viele Blöcke hier einfach farm. Dann können wir uns einen Wassereimer auch easy machen. Ben, hast du da Probleme da drin? Ich habe hier den Stress, Alter. Ich wollte den werfen, aber dann... Zack. Zack. Was ist denn am Goldblock schmeißen? Ah, dann baut man einfach mal ab. Echt? Nee, warte mal. Hm, was ist los? Ich habe jetzt 19 Gold. Jetzt schmeiße ich einen Block. Hör mal auf, Elina. Entschuldigung. Ich höre das mal testen. Entschuldigung. Also Mann, ich habe 6 und 37 vor. Hast du gerade einen Pfeil auf mich geworfen? Hey, der macht nur einen Plus, der mal einen Goldblock wirft. Echt? Ja, ja. Muss man das irgendwo gegenwerfen? Ja, ja. Oh, oh. Geil. Stego. Ein Stego-Go. Ben, das wird hier der andere Speedrun. Okay, wir haben 64 Stacks. Das reicht anders. Krass. Hast du zufällig noch Eisen? Ja. Also so gebratenes Eisen mäßig? Ja. Ja, werf mal, werf mal. Wir brauchen Wassereimer. Ich habe dich, Elina. Übrigens, es heißt eigentlich nicht werf mal, sondern wirf. Wirf, ja. Weiß ja auch jeder. Goldene Karotten. Okay. Haben wir hier, äh, boh, oh, oh. Ja, hier oben. Ah ja, da drüben. Da sind wir. Ah ja, ja. Komm, Ben, lass da hinten hin. Wo? Hm, gute Frage. Komplett andere Stelle gemeint. Ja, okay, nee, lass lieber dein Wasser nehmen. Hey, das ist doch easy hier. Was? Sicher? Ben, sei bloß froh. Wow. Ich bin lustig, wenn du failst jetzt. Nee, alles gut. Schade. Okay, okay, okay. Ich habe was Cooles hier entdeckt. Erstens dich hier, du Schweinearsch. Und dann noch dich hier. Da liegen Äpfel vor mir rum, nice. Zack. Und jetzt hole ich was richtig Cooles. War ein Witz, habst du dich? Nice. Cool. Ah, okay. Ah, ja, ja. So. Ein Creeper. Oh, der explodiert in meiner Fresse. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Wenn ich hier mit einem Goldblock auf den Dia werfe, Okay, dann wird es ein Goldblock. Das war dumm. Warte, ich brauche die Dia. Wir brauchen Water. Ich habe leider noch keine Diamanten. Was passiert, wenn man eine Obsidian schmeißt? Ich kann dir doch Dia's machen. Da bist du doof. Aber sie haben, also ich will aber auch ein bisschen selbstständig sein im Leben. Wir brauchen eine Werkbank. Denn wir werden jetzt Handwerk. Ja, okay. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Mann. Ich habe mein... Ja, okay. Scheiße, aber ich habe kein Holz mehr, Ben. Sag bitte, dass du noch Holz hast. Und das kann man auch nicht schmeißen, weil das zerstört nur. Ehrlich? Ja. Ja, okay. Das muss ich jetzt aufbrauchen für einen Stock. Ich habe eine Huttasche. Aber wenn ich die jetzt nehme, dann schmeiße ich die, oder? Nee. Du kannst die auch nehmen. Ja, ich habe einen Hut bekommen. Guck mal hier. Was für ein Hut? Oha. So wie in Minecraft Freunde fast. Der Nummer 1 Helm. Meine alten Hutt. Ja, das stimmt. Machen wir mal Wasser einmal jetzt hier. Ich will meinen Rekord heute brechen. Was? Okay, okay, okay. Gar kein Problem. Hab einen Eimer. Ich brauche einen Bruchstein. Ist das ein Bruchstein? Ja, ich habe vier. Oha. Auch einen. Okay, bist du ready? Nein, weil ich habe die Uhr noch nicht. Jetzt. Ready, bumse, baddy? Ich bin ready, kackerte, chatty. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, das ist ein Quatsch. Ich habe den Eimer in die Lava geschmissen. Ist das ein Rekord gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das sind jetzt ja auch schwere Bedingungen. Was kann ich denn dafür? Ja, der Scheiß ist. Wir haben die Werkbank geliebt. Ich war so im Flow. Plötzlich sehe ich das Ding fliegen. Ich habe das auch anders wegfliegen sehen. Ich habe noch ein Eisen. Warte, wir brauchen die Werkbank aber. Hast du eigentlich schon mal getestet, was passiert, wenn man die Werkbank wirft? Ja. Habe ich auch vergessen. Stark. Ich komme auch einfach kaputt. Sonst sind wir gelackmeiert, wenn wir keine Werkbank mehr haben. Oh. Ja, Elina. Entschuldigung, ich wollte testen, was passiert, wenn man das wirft. Ich glaube, von all den möglichen Orten, wo wir hätten landen können, ist das die kackteste. Ich habe gerade deine Rüstung ausgezogen mit goldenen Klamotten, die ich ausgeschmissen habe. Die ist mir plötzlich entgegen geflogen. Ich drehe mich um und meine Klamotten sind weg, Alter. Und das ist dann so ein komischer Mann mit so einer komischen Brille. Mann! Ich will hier raus! Ich muss hier raus. So, komm jetzt her. Gönn uns ein bisschen was. Alter, der hat jetzt 400 Gold in dem Ding drin. Ich hoffe, der spawnt hier aber auch ordentlich. In der Perlen. Warte, was ist, wenn ich das hier werfe? Dann kommt da auch eine Kiste draus. Oh, das ist geil. Okay, ich brauche aber nicht mehr Diamanten. Oh shit. Ich brauche Piglins. Ich habe einen Plan. Zack. 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 Oh, ich habe einen anderen Plan, Ben. Ich fasse Bridget zwar auf die ineffizienteste Weise, die es auf diesen ganzen Planeten gibt. Aber es ist cool. So hat noch nie jemand sich rübergebaut. Nimm nämlich eigentlich. Zack. Ich nehme jetzt immer Kisten als Fortbewegungsmittel. Oha. Es ist nicht besser, aber es ist lustiger. Zack. Ich chill hier und wir haben nicht einmal Enderpan bekommen. Finde ich cool. Persönlich. Zack. 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 Okay, das hätte ich zwar eigentlich schon in 10 Minuten schaffen können, aber egal. Müll, 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 Müll. Er ist tot. Hä, hier sind überwenig Piglins. Hier sind diese zombifizierten Dinger. Aber echte Piglins sind hier gar nicht vorhanden. Sind die alle auf der Gamescom oder was? Enten ist noch einer. Komm her, du Opfer. Ich dachte, wir haben alles. Haben wir auch. Aber jetzt, wo ich die nicht brauche, kommen die alle vom Himmel geflogen, Alter. Wir müssen hier lang, Ben. Nee, wir haben alles schon. Ach so. Okay. Dicker, das Bild, was ich hier gerade drin habe. Mir kommt so ein Creepy-Dude mit Brille in die Augen. Junge, hallo. Oh, ich dachte, wir wären immer noch im Nether. Okay, let's go. Das hier kann man ja werfen. Das ist ja ganz normal. Aber wir müssen, glaube ich, als erstes an die Oberfläche. Schmeißt du acht Stücke, Nina? Oh, das weiß ich auch nicht. Junge, die sind alle kaputt gegangen, gefühlt. Da waren drei gerade kaputt oder so. Wir haben noch neun. Nina, sag mal, fällt dir... Nee, ich hab fünf aufgesammelt. Ach so, okay, okay. Fällt dir nix auf? Wieso? Du hast dir schon vor Ewigkeiten die Rüstung ausgezogen. Oh mein Gott, Ben. Oh mein Gott. Gefällt es aber nicht auch. Du redest einfach ohne Rüstung rum. Ja. Gar kein Problem für mich. Oh. Hier leuchtet's. Hier leuchtet's gewaltig. Waren nur Fackeln. Hab die BIP. Hab auch ne BIP. Hab's. Bin einfach ein Profi. Findest du es wirklich von zehnmal, neunmal oder so? Ja, ich bin ein Profi. Ey, Leute. Tatsächlich ein Händchen für. Kann ich, kann ich jetzt nix? Shit! Ich brenne! Komm, Edina. Ey. Ey. Moin, Ben. Was geht? Ich hab hier gerade riesige Probleme, du. Alter. Mann, Ben! Ich sterbe gleich, wirklich. Die Rüstung ist ausgezogen, Edina. Ich kann meine Schuhe nicht anziehen. Warum springst du dann in die Narbe? Ich bin da nicht reingeschoben. Ben, bitte, bitte. Hast du Wasser, hast du Wasser, hast du Wasser, bitte? Hast du Wasser? Warum bist du... Ich bin da nicht reingeschoben. Ich war safe. Ich war safe. Du bist wie Max Barney da reingeschoben. Nein, ich war safe in meinem Inventar. Die haben mich da reingeschoben. Das war so lustig. Och, Mann. Ben, ich würde dir gerne mehr helfen. Manche sind zu hoch, da kann man nicht... Ausstieg nicht besser. Zack. Man muss auch seine Grenzen kennen. Okay, kann ich dieses Gitter hier werfen? Ja. Mann. Ja, ich hab einen erwischt. Das war der allererste, den ich erwischt hab. Ich glaub, das ist zu hoch. Okay, warte. Ich versuch mit Gold das hier abzuwerfen. Ja, es hat geklappt, Ben. Nice. Das zeigt Edina stark. Ja, Ben jetzt... Ja. Jaaas. Jaaas. Jetzt flexen wir hier nicht so. Okay, Ben, ich mach jetzt den krassesten MLG. Nee, war ein bisschen. Stimmt, ich komm mir hier gar nicht runter. Ich hab keinen Wasser eimer. Oh. Ich hab nur einen Lava-Eimer. Das ist auch ein Lava-Eimer-MLG. Ich hab zu wenig... ...zack. Und jetzt? Jetzt geht's los. Boah, Alter, was... Hat's echt geklappt gerade. Nee, kein bisschen. Ja, ha, ha. Also... Also... Ich bin nicht gleich oben jetzt. Ich baue ganz viele Dinger hier ab. Ja, ich komm jetzt halt nicht mehr runter. Oh, der landet, oder? Oh, Ben. Das waren immer noch nicht alle. Kann ich den bewerfen? Wo ist denn der Letzte? Jo, ich mach ihn Schaden. Da drüben. Hä, soll ich da hinkommen? Was denn? Nein, scheiße. Ich hab richtig viele Spektralfall... Ich hab auch viele, aber ich hab keinen Bogen. Scheiße, Mann! Ich wollte so einen cool MLG machen. Come on! Lande! Du spammst das ja übel raus. Hä, aber es trifft nicht. Oh, nee, ich glaub... Nee. What the heck? Okay, da hab ich wieder was Neues gelernt. Können wir ihn mit Eisen bewerfen? Nee, das geht nicht mit Eisen. Das geht... Oh, Mann. Au! Ich geh lieber weg. Ich geh lieber weg. Ich hab auch noch einen Block. Nice. Nice, ey. Brauchen wir noch 100. Mann. Ich baue ganz schnell ab. Warte. Oh, der ist gerade so glücklich. Oh, Mann. Ja, 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 ja! Ja! Wuhu! Alter! Jo! Da werfe ich gleich meine Spitzacke weg. Kann ich auch meine Axt werfen? Schade. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst ein Like und ein Abro da. Haut rein, Leute. Tschüssi! Die Fraxen am Start und alle gehen hart. Es geht ab, 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 ab. Ja, die Fraxen am Start und alle gehen hart. Also jump, jump, jump. Fraxen am Start und alle gehen hart. Es geht ab, ab, ab.